Auf den Samstag freuen sich sicherlich schon einige, denn dann beginnt das Oktoberfest in München und wir schauen jetzt mal das Wetter dazu an, aber erstmal zur kommenden Nacht, da sieht es teilweise sternklar aus und trocken ist es in der zweiten Nachthälfte, da können sich mal ein paar Nebelfelder im Süden bilden, aber die lösen sich dann spätestens zum Vormittag wieder auf. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen 16 Grad an der Nordsee und 5 Grad am Alpenrand. Ja und dann habe ich heute mal statt den Wettersymbolen die Sonnenstunden mitgebracht, denn das kann ich schon mal sagen, es wird nicht regnen, sondern wir haben ganz, ganz viel Sonnenschein, auch in München, wo ja das Oktoberfest stattfindet, sonst auch zwischen 9 und 12 Sonnenstunden, da ist einiges drin und das ist ja perfektes Wetter, dann auch fürs Oktoberfest, da kann man das Bier nochmal umso besser genießen und die Temperaturen, die passen auch, denn die liegen in München selbst bei 21 Grad, also schon sehr schön warm, aber auch ansonsten zwischen 20 und 26 Grad, da kann man den Tag schön genießen.